Highlight Wahrnehmbarkeitssteigerung im Straßenverkehr durch bedarfsgesteuerte Straßenbeleuchtung. Mobimera wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, Software- und Telekommunikationstechnologien zu nutzen, um Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur und deren Nutzung zu erforschen und zu verbessern. Die Wahrnehmung, vor allem in der Dunkelheit von Fußgängern, ist auf Schutz wegen recht gering und deswegen wollten wir im Annäherungsbereich auf vorhandener Verkehrsinfrastruktur bedarfsorientierte Straßenbeleuchtung implementieren, welche mit blinkenden Effekten vor erhöhter Geschwindigkeit warnt, um die Sicherheit zu erhöhen. Der Effekt wird umso intensiver, je schneller die sich annähernden KFZs sind. Einerseits gewährleisten LED-Beleuchtungskörper ein schnelles Schalten, ein Dimmen bei maximalen Wirkungsgrad sowie eine räumlich differenzierte Ausleuchtung. Andererseits erfassen intelligente, vernetzte Sensoren die Annäherung von Verkehrsteilnehmerinnen und können sie anhand der räumlichen Position und Geschwindigkeit klassifizieren. In zwei umfangreichen Feldversuchen konnte gezeigt werden, dass Highlight sowohl die passive als auch die aktive Sicherheit relevant beeinflusst. In fünf Jahren hoffen wir, dass wir ein Produkt haben, welches wirklich auf der Straße stehen kann und wo wir überzeugt sind, dass das Verkehrsverhalten und im Speziellen das Geschwindigkeitsverhalten wirklich einen positiven Effekt zeigt. Die ganzheitliche Betrachtung führt zum Erfolg. Neuartige Methoden zur Erhebung der Verkehrssicherheit implementieren. Verkehrspsychologische Optimierung Nutzen Verkehrssicherheit Herausforderung Serienreife, Optimierung der Lichteffekte Vision Verringerung der Anzahl an Verkehrsdaten Mobilität im Lichte von Sicherheit, Umweltschutz und sozialer Kompetenz опat diversity chiffon